Okay, gegen Bayern, los geht's. Gegen Bayern, okay, okay. Das schaffen wir, Alter. Wäre scheiße, wenn nicht. Ja, ich mag's gegen Bayern nicht so sehr, aber zumindest regnet's nicht. Regen ist eine Katastrophe, Alter. Ja, genau, greif mit Ronaldo an, ich decke hier noch zu. Einfach drauf gehen. Ronaldo kann das ganze Spiel durchrennen. Abseits, wunderbar. Machen wir so, ich gehe immer den defensiveren Mann und du nimmst den etwas offensiver. Okay. Okay, dann rennen wir nicht beide gleichzeitig drauf los. Weil das war immer unser großes Problem. Äh, komm, hör auf zu fallen. Was soll der Scheiß? Das nenne ich mal Trick, Junge. Komm, komm, komm. Scheiße. Ich nehme Ramos, ich bin bereit, ich bin bereit, ich bin bereit. Jetzt nehme ich den da oben. Dein Gegner muss das Spiel wegen zu weniger Spiele aufgeben. Oh, yes. Gewonnen. Komm schon, ich will die drei Punkte, ich will die drei Punkte sehen. Komm. Komm. Yes, drei Punkte. Beginnt gut, komm, direkt nächste rein. Wir steigen ja auf. Hahaha. Bist du spielbereit? Ja. Ich habe dich schon eingeladen. Na, du bist aber noch nicht da. Nee, irgendwie gerade nicht. Irgendwie gerade nicht. Okay, dann gib mal Tempo hier. Puh. Ja, wunderbar. Ich finde das lief gut. Ja, ich höre ein anderes. Hahaha. Das mag ich auch nicht so. Das finde ich gut. Mit Back kann man ja den Song jeweils tauschen, ne? Mhm. Ich habe Musik ausgemacht. Ah, okay. Oh, je. Ich habe gewonnen, halt. Hahaha. Nach fünf Minuten Spielzeit. Spielzeit, nicht echter Zeit. Didaktik. Das nenne ich mal gut. Ja, natürlich. Die waren so beeindruckt von unserem Können. Ja. Glaube ich mich auch. Aber wer wäre das nicht? Ich meine, ne? Hallo? Ah, gegen Wasser. Finde ich besser. Willkommen zu EA Sports live coverage of this matchup. Nein, nein, nein. Nicht drauf gehen. Jetzt hast du gerade den Defensiv irgendwann noch gespielt. Sonst haben wir hinten keinen. Ja, lauf! Lauf, 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 lauf! Los, Benzema! Ja! Ja! Tor! Oh Gott! Ich dachte, der geht rüber. Ich dachte, der geht rüber, ey. Weil du laufst so an dem Torhüter vorbei. Ich denke so, du musst jetzt nur noch laufen, Junge. Schieß einfach ganz leicht. Und du so BÄM holst dich drauf. Der ging auch unten, also ans Netz oben, direkt unten drunter rein. Mhm. Zack! Das nenne ich ein Torhüter. Wer zieht da bitte schön so drauf? Egal, drin ist drin. Ich hätte dich umgebracht, der hätte dich drin. Ja, ich mich auch. Ich hätte seppucke begangen. Was? Ein Ritual-Selbstmord. Zur Erhaltung der Familiennähe. Ach so, natürlich. Ja. Das ist wichtig. Ja. Komm, geh drauf. Das ist nice to know. Ich greif mal mit Benzema hier auch ein bisschen an. Ach, jetzt nehme ich wieder den defensiven und du gehst wieder drauf. Oh, das könnte interessant werden. Gelb, gelb, gelb nicht mehr. Ja, natürlich bin PP. Ich muss mich schon anpassen. Ja. Ja. Es gibt gelb. Ja, nicht. Alles gut. Alles gut. Kein Problem. Mit gelb komm ich klar. Das freut mich. Ja, mich auch. Ja, stell mal einen rein, genau. Ich geh da ein bisschen rüber. Oh, oh, Casillas. Theoretisch, jeder normale Tolte würde da rein springen und sich den Ball holen. Casillas nicht. Ich schieße ihn weit. Ganz oben zu Ronaldo. Oder ganz unten zu Ronaldo, besser gesagt. Ganz oben, ganz oben steht Bay. Ja, ja, ich bin durch, ich bin durch, ich bin durch. Nein, nicht schießen, du kannst einfach passen. Wie war der denn geschossen? Wieso schießt du denn? Das ist arg nicht an mir, das lag am Wind. Ja, ja, natürlich, warum schießt du überhaupt? Ich weiß es nicht. Ich war aufgeregt. Ja, ja. Allo al-Fogba. Schön. Nicht schön. Ich wollte mit BD den eigentlich wegschießen, aber warum schießt den überhaupt weg? Ich will den beiden behalten. Ich hätte nicht gedacht, dass ich den komm. So, gut, 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 gut. Nein. Schade. Mit dem darf ich jetzt nicht grätschen. Oh, Casillas. Casillas. Unglaublich. Was ist los mit dem? Wo hat er trainiert? Ist er zu neu gegangen? Hat er ein bisschen trainiert oder wie? Ja. Hammer, geil. So was halten die normalerweise nie. Normalerweise hätte er ihn festgehalten und er ist Zoll geworfen. Genau. Sowas in der Arm. Ey, das waren da was. Richtig, stimmt. Er schlägt ihn erstmal hoch. Richtig behindert. Kick ihn weg. Genau dahin will ich, dass du wegkickst. Komm, 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 komm. Schade, Toni Albay ist schnell. Nicht grätschen da. Das macht doch gar keinen Sinn. Ah, nach oben hätte ich ihn vielleicht passen sollen. Nicht zu direkt drauf gehen, ansonsten fehlen uns wieder die Leute hinten. Oh, Gott. Ah, Messi. Was? Ist abseits. Achso. Also alles gut. Ah, ich ruf mal einen her und dem passe ich knapp zu Ramos. Nein, was machst du? Ich hab gepasst. Ja und, das war ein viel zu schwacher Pass. Hab ich gemerkt. Ich auch. Das darf dir nicht passieren. Das wär jetzt scheiße. Würde ich auch so sagen. Ganz oben. Und nochmal der Pass. Ah, doch nicht zu dem. Komm, den haben wir. Komm, komm, komm. Den will ich haben. Ja, den haben wir. Ja? Okay. Zu Ronaldo. Ja, komm dann. Sehr schön. Gib ihn jetzt rein. Schnell, 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 schnell. Scheiße. Ja, ja. Ja, keine Chance. Hey, Paul wird doch. Ja, ja. Und nochmal. Nicht zu dem. Da, shit. Deck du unten den und ich decke den etwas weiter hinten. Ja, alles. Ja, okay. Er spielt ihn ganz weit. Und der kommt leider sogar an. Habe ihn. Geine Panik auf der Titanic. Schön, schön, schön. Ah, du hättest mir hoch nach oben passen können. So ein kleiner Lupfer über den Abwehrspieler. Abwehrspieler. Ja. Schön, komm, 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 komm. Ja, schieß. Scheiße. Ja, der war schwach. Ja, ziemlich. Sehr schön, sehr schön. Oh, scheiße. Das war doch echt. Also komm, das war doch. Das war echt nicht. Also ehrlich, das war doch wirklich nicht. Das war doch wirklich nicht. Schiedsrichter. Pussyfußball hier. Echt so. Ganz unten. Oh, shit. Ganz unten trotzdem. Ah, fuck. Scheiße. Da wär ich auch so nimmer dran gekommen. Schön. Der läuft halt nach uns aus, warte ich. Was? Hä? Wo hab ich den bitte bewirrt? Gar nicht. Du wirst voll weg vom Ball. Hä? Wollen? Och, Ramos. Du kleiner Tollpatsch. Ja, ja. Was zur Hölle, Ramos. Schön, unten. Das ist oben. Das war dazu die falsche Richtung. Ja. Mittig gleich. Mittig, 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 mittig. Nein. Was? Da geh. Eckball, aber trotzdem. Den hätte ich eigentlich fliegen müssen. Ich war ja weiter vorne. Nein. Mitten auf der Linie. Haut drauf. Schade. Oh mein Gott. Aber der erste, der war halt perfekt, stand der halt. Immer schön Kopfball machen, wenn es da ein Kopfballduell gibt. Der wird Ihnen garantiert gehen in den Kopfballduell. Das heißt, wenn du es nicht machst, sondern nur versuchst anzunehmen, hast du keine Chance. Ganz oben. Oh, was macht der? Läuft den Ball mit. Ich habe ihn weggedrückt. Haha, eigentlich war ich das ja. Egal, ich nehme ihn gerne an. Oh, was habe ich vor? Ein bisschen stärker reinpassen. Mittig rein, mittig rein, mittig rein, mittig rein. Da. Oben. Egal, wenn er drinnen ist, passt's. Ansonsten wäre aber oben noch einer gewesen, ne? Ach, scheiß auf oben. Schau mal, schau mal, schau mal, schau mal. Hier könnte er passen und jetzt oben. Drin ist drin. Ja, wenn er drinnen passt. Wenn er nicht drin ist, bringe ich dich halt um. Haha, das könnte Geld geben. Verdientermaßen. Voll einer reinkicken. Das war Pall gespielt. Gewollt. 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 Es war gewollt. Es war nicht gemacht, aber es war gewollt. Ich wollte den Ball spielen. Absolut. Wuii. Da fliegt der Nehmer. Also aufpassen jetzt mit Benzema, ne? Ich hab keinen Bock den zu verlieren. Ah, schön, oben, 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 oben. Warte, 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 warte. Ah, fuck. Egal, der Film. Unverdient. Unverdient. Schön gemacht. Leider bin ich jetzt alleine unterwegs. Egal. Ganz oben steht Ronaldo. Und jetzt laufe ich wieder mittig rein. Passe ihn oder mache irgendwas gescheites. Das war dumm. Nein, nicht mit ihm. Der hat schon Geld. Was zur Hölle? Ding. Ding. Das war's gut. Ding. 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 Nicht passen auf Benzema. Jetzt aber. Jetzt schießt. Nein. Kurzes Eck muss der gehen. Gott. Nein. Nein, das ist viel zu weit, Mann. Unten steht er. War klar. Du hast mit dem Aufpassspiel nicht so eine Feder machen. War zwar nicht ganz so schlimm wie der vorhin, aber immer noch schlimmer. Was genau soll es werden? Ich suche Anspielstationen. Es gibt eine Million. Du musst sie nur sehen. Das Wichtige ist halt, dass du nicht dahin spielst, wo einer steht, sondern da, wo er stehen wird. Weiß spiel lesen. Mit übersinnlichen Kräften. Ja. So wie Mesut Özil, der mit seinen Augen in die Zukunft gucken kann. Genau. Deswegen hat er schon noch gewonnen. Richtig. Oh shit. Nein. Oh. Zum Glück schießt er direkt. Er nimmt ihn nicht an. Kurz, 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 kurz. Ja, ich hab schon gedrückt. Jetzt der lange Pass. Nein, zu spät. Ja, jetzt. Ah shit. Etwas zu lang. Los, komm, mach was raus. Yes. Oh, geil. Nice. Sehr schön. Ich würde gerne überspringen, nur ich kann nicht. Ja. Diese Qualität in diesem Spiel. Phänomenal. Ganz oben Benzimmer. Hä? Ich hab doch zu dem Erfolgkopf der Geburts. Erfolgkopf. Dankeschön. Seitenwechsel. So kann man auch machen. Hä? Sehr gut. Noch ist alles im grünen Bereich. Jetzt ist der grüner Bereich. Jetzt ist er auf. Dass der sich da noch dazwischen grünert, ist ja mega knapp. Abseits. Wunderbar. Ihm bring ich lang. Und zwar genau da, wo du ihn momentan hast. Das war jetzt auf Nummer sicher, mein Scheiß. Ja. Ah shit, ich stand da. Fuck. Scheiße. Ja, ziemlich scheiße. Komm schon. Wir sind dem Sieg so nahe. Jetzt nur nicht nervös werden. Nicht nervös werden. Nicht nervös werden. Ich bin der grüner Bereich. Oben, 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 oben. Genau. Komm. Irgendjemand. Keiner will. Ich stelle jetzt auf sehr defensiv ein. Jetzt stehen mir ein bisschen zu wenige hinten. Ich glaube, der ist so gemacht. Ich muss jetzt nicht mehr aufsetzen. Oh shit. Guter Pass. Gut, gut, gut. Kurzes Eck, kurzes Eck. Schieß. Shit. Komm. Da oben nach ran. Los, los, los. Sehr nice. Fuck. Doch nicht so. Den oberen Weg nehmen. Den oberen. Das darf nicht passieren. Du musst ran, du musst ran, du musst ran. Sehr schön. Genau das will ich sehen. Passt nach vorne. Okay, so geht's auch. Jetzt aber der Pass. Jetzt der Pass. Oder lauf, lauf, lauf. Oh, so geht's auch. Yes. Das dürfte es gewesen sein. Sag das nicht. Es dürfte. Ich sag dir nicht, es ist es. So, aber weiterhin sicher hinten stehen. Das ist wichtiger. Ah. Oh, ja, gut. Ist Zeit, ist Zeit, ist Zeit. Leonel Messi, Support coming up on his left here. Luis Suarez. Ja. So. Fuck. Einer hätte noch gefehlt, dann hätte ich den Pass nach oben machen können. Waren leider drei Stück, die da rumgestanden sind. Neymar. Leonel Messi. Schön, 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 schön. Jetzt kannst du auch mal tricksen. Soll mich nicht sterben. Oben dranbleiben, 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 dranbleiben. Hinterher gehen, hinterher gehen. Oh, fast hätte ich ihn nur gegrillt. Oh, scheiße. Ha. Fuck. Weit nach vorne. Wenn es das well ist, ist mir so sicher. Ja, das bringt Zeit. Schön, 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 schön. Na, nicht schön. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Scheiße. Und dann sogar ernsthaft gewonnen. So ernsthaft gewonnen, nicht so wie die ersten drei Punkte. Die waren ja auch ernsthaft gewonnen. Der Gegner hat gesehen, dass wir so gut sind. Und hat aufgegeben. Hat aufgegeben, ja. Würde ich auch machen, wenn ich gegen uns beide spielen würde. Würde ich sofort.